Ich war 10 Minuten weg, auf einmal hat er einen Bart. Ja, das, äh, ich hab gesagt, ich bin, ich bin fast 42, Leute. Das geht manchmal, das geht manchmal ziemlich schnell. Oh no. Das ist jedes Mal so ein Krampf, wenn man das sieht, glaube ich, als zur Wahl. Oh, hi. Au. Hast du mich geschubbt? Was tut das? Alter, ich drück dein Gesicht gleich in die Borke da rein. Hm. Okay, was können wir tun, Fang? Wir sollten uns, wir sollten zusammenarbeiten. Oh. Okay, du hast den Spaß schon gefunden, höre ich. Bitte kein AFK-Killer. Please no. Oh, das klingt nicht so sehr AFK. Oh, hi. Oh, gut. Okay, ciao. Ciao, Bella. Uh. Oh. Sorry. Sorry, war nicht so gemeint. Oh, ich wünschte, ich hätte eine Taschenlampe. Okay, ich bin mal sinnvoll. Okay, ich mach mal irgendwas mit. Oh, RIP. Dr. Duck. Ja, ja. Ich hab erst gedacht, Dr. Luck. Und hab gern, äh, ich würde irgendwie sagen, dass das schon, schon eine ganz schön anmaßende Selbstbezeichnung ist. Aber, ja. Man irrte sich. Äh, hat mir in der Schule Analyse geschrieben. Die meisten haben gerade 300 Wörter geschafft. Ich komme so mit 700 auf die Ecke. Äh, äh, um die Ecke. Ey, das ist, ähm... Das ist mir auch immer passiert. Ich hab mir viel zu viel geschrieben. Und dadurch manchmal sogar ein bisschen, äh, irgendwie Punktabzug gekriegt oder so. Aber ich fand irgendwie alles überwichtig. Wie kann man auf dem Handy subben? Da müsste irgendwo direkt ein Abonnieren-Button sein im Chat, wenn du den aufklapst. Du bist noch nicht 42. Ich hab letztens ein Video gesehen, du bist zwei Jahre alt, war das. Ey, ich, ich, ich scherz doch in Videos immer. Das weißt du doch. Oh, help! Oh, Gott! Oh, Gott! Ja, ich weiß. Du sahst aus wie das Gras. Sorry. Was hast du aufhören damit? Ich geh packiert. Oh, was haben wir denn hier? T-Walls, yeah. Oh, T-Walls, hell yeah. Hä? Hä? Ja, ja, nein, ja. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Das ist crazy. Keine Sorge, mein Team wird mich retten. Ich liege unter der Palette. Mein Team wird mir helfen. Keine Sorge. Keine Sorge, da kommt mein Team. Da kommt mein Team. Sie werden mir helfen. Hat sie die Taschenlampe in ihrem Nacken? Hahaha. Ah, haha. Ah, haha. Nein. Wusste gar nicht, dass du streamst. Hm. 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 Die restlichen 200 Bits hebe ich mir für den nächsten Stream auf. Oh, nein. Äh, dankeschön. Freue ich mich jetzt schon. Was hältst du von Siren Head? Naja. Ich finde irgendwie das Konzept cool, aber so. Das ist ja jetzt nur nicht wirklich irgendwie ein Spiel, ne. Warte, 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 ich muss mich waschen. Oh, ich muss irgendwie, ich muss was einwerfen hier. So geht das nicht. Äh, hallo? Hä, bin ich nicht mehr? Wait. Oh. Oh, shit. Das verseucht. Verstehe. Nur die Weißen gehen klar, ne. Wie rassistisch. Äh, Sorra, dankeschön für die 100 Bits. Vielen lieben Dank. Liebe Grüße gehen in die Vergangenheit von zwei Minuten. Ich hab's leider übersehen. Aber dankeschön für die 100 Bits. Mann, Frau. Dude. Dude, Reno. Oh, ich bin, ich bin komplett geheilt? Ich bin, hä? Bin ich dann, achso, das heilt mich auch. Wie crazy. Huch. Ahem. Ja, okay. Er hat einfach meine Portal 2 Lobby gestartet. Ich dachte, ich hab einfach den Public Test Build von Dead by Dead hat angemacht. Aber nee, ich bin in seine Portal Lobby gelandet. Tja, so einfach geht es. Bim. Jetzt hatte ich irgendwie Durst. Ich dachte, jetzt Hunger. Das wäre sehr merkwürdig. Ey, na, die Dankeschön für die 200 Bits, die ich beim nächsten Mal kriegen sollte. Hell yeah. Vielen lieben Dank. Ja, danke schön. Das ist sehr lieb von dir. Wann spielst du immer wieder Dark Deception, wenn das nächste Chapter rauskommt und wenn das cool ist und ich Bock hab, dieses verfugte dritte Level nochmal zu versuchen oder so? Nur weil du es bist. Aha. Hast du Philosophie studiert? Ja. Sozialwissenschaften und Philosophie. Whee! Darf man dir auf Steam folgen? Ja, aber das bringt nichts. Also ich mein... Manche denken halt, ich wäre auch permanent online zum Chatten oder so. Aber, Leute, ich hab einfach keine Zeit. Weißt du, wann der Killer verfügbar ist? Ich denke mal, diese Beta oder dieser Modus hier, dieser Testmodus wird ungefähr bestimmt so anderthalb, zwei Wochen höchstens online sein. Höchstens. Und dann dauert es vielleicht noch ein bisschen und dann kann man das kaufen. Also, ich glaub, ein Weilchen dauert das schon noch. Die sammeln ja hier Ergebnisse und das ist ja erst irgendwie seit zwei Tagen hier raus oder so. Na, hast du was Falsches gegessen? Jetzt sind wir mal so eine liebe Community, die der Wassereis-Spender polieren würde. Noch nie gehört, dass sich jemand an Wassereis übergeben hat. Was ist dein Lieblingskiller? Hillbilly. Hillbilly all the way. Oh, no. Where does it come from? Where did he go? Where did he come from? Kann man das doch... Blah, 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 blah. Kann man das doch... Paranoid, ey. vor allem hier ist gar nichts, einfach eine riesengroße Grasfläche das geht, ich meine gut, da ist eine Palette da ist das riesen Haus aber oh, oh jemand benutzt das Bullshitfenster gegen dich ich meine, es wäre doch schade, wenn sich hier zufälligerweise jemand aufhalten würde, der den Weg blockiert, nicht wahr okay, ist nicht vonnöten ja, hi was denn guckst du auf meinen Booty guckst du auf meinen Booty, Ace ist mein Booty nicht wunderschön möchtest du mehr von meinem Booty sehen, Ace da, guck ihn dir an nimmst du mal wieder Resident Evil 7 auf äh, hab ich nicht vor falls ich mal irgendwann wieder wegfahre und ich brauche was, was schnell fügbar also schnell zu produzieren ist dann nehme ich gerne mal eine spaßige Runde von 21 nebenbei auf aber so ist jetzt eigentlich nicht geplant wieso ist mein Selbstabzeichen eigentlich dunkler als das der anderen äh, du hast ein bronzenes, Heiko weil du erst äh, bis also noch nicht sechs ab sechs Monaten kriegst du ein silbernes und dann ab einem Jahr ein goldenes das heißt, die, die so leuchten sind sind golden die haben schon über ein Jahr abonniert quasi okay dieser Moment, wenn sie denkt du benutzt das Fenster benutzt es aber gar nicht oh, hast du schon aufgemacht? pfff 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 sagt sie ihr nicht sagt sie ihr nicht ja, 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 ja ich werde sterben ich werde sowas von sterben ich werde so oh, sie hat remember me no pff 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 oh, pff pff wait, sie kommt nicht was meinst du? what do you mean? was soll das heiße? sie kommt nicht pff hast gewartet, ne? hello au au du Scheusal wö oh hohohoho das ist so crazy alter what the fuck was soll man denn tun? was soll man tun? haha okay, ich erhole mich die sieht aus wie Kim Kardashian achso, die hier äh, ich weiß auf jeden Fall was du meinst oh shit oh shit team oh no fang, du musst uns alle retten fang, du musst uns alle unter deinem massiven Rock verstecken ich bitte dich hast du einen Lieblingssurvivor? äh, ich glaub Dwight ich glaub den guten Abend Dwighty Boy ich werd mich auch auf YouTube wieder über ne Runde DPD freuen ja, kam ja gestern ja, kam ja gestern, aber werd ich halt auch nicht so oft bringen nur immer mal oh nein bitte nicht in den Keller genau, genau nicht in den Keller ja ja, in der Tat so ist es richtig uh, bringst du mich nach draußen? das ist aber nett von dir oh nein, du bringst mich zum Haken ja, dann war's da wohl doch nicht so nett hast du das bitte aufgemacht? Dankeschön würdest du mir jetzt bitte hier runterhelfen? ich zähle auf dich okay, fang okay, fang ich schlüpfe unter deinen Rock, okay? okay oh shit iiii nein nein oh sie hat ein Herz ein Herz und eine Seele fuck ich rette dich jetzt ich rette dich jetzt ich sterbe für dich oh, da ist noch ne Fing hola nimmst du die ganz alten Resident Evil Games auf? not scheiße muss los äh hey SEV ich liebe deine Videos und dein Content mach weiter so oh Justin, dankeschön für den 10er ich glaube, du machst mal wieder mehr DVD Videos ojojojojojoo ojo aua, meine Hacken, ey äh Justin, vielen lieben Dank für den 10er Dankeschön. Das ist, das ist verdammt großzügig. Jetzt stehen. Du hast nicht recovered. Du hast, du hast überhaupt gar nicht recovered. Du, du interessierst... Okay. Okay, dann, dann, dann stirb halt. Scheiße. Ich muss mich unbedingt heilen. Dann spare ich mir hier dieses, dieses, äh... Selfcare. Komm, 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 komm. Kannst du mal nach Berlin kommen? Tatsächlich öfters mal. Fäng, ich komme. Halte durch. Kann keine Bits senden. Hab nur 95. Man kann ab 5 spenden. Komm her, komm her. Komm zu Mami. Big booty Mami, big booty Mami. Yee. Hit me. Okay. 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 Die finstere Tat, sie ist null verbracht, Sir. Okay, ich bin raus. Ich hab getan, was ich konnte. Dunfang, seid die besten Freunde. So ist es. Musik. Ich bin klar, ich bin raus. Ich bin raus.